Einen sportlichen guten tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu diesem einnachtlichen video am 24.12. es startet gleich der globalen konflikt wo es auch noch mal ein video morgen oder übrig morgen geben wird ich habe jetzt einfach einfach nicht die zeit durch weihnachten so ausführliche videos zu machen ich würde mich eigentlich nur bedanken bei euch für die vergangene zeit wir haben heute das wunderste video erreicht vielen dank an euch ihr seid echt toll tolle zuschauer es freut mich sehr immer wieder die aufruf zahlen und like zahlen und bewertungen zu sehen und kommentare freuen mich umso mehr die motivieren mich schon richtig heftig deswegen wollte ich eigentlich nur euch mit diesem video danke sagen euch schöne weihnachten wünschen ja was es jetzt mit diesen geschenken auf sich hat im späteren video ich habe einfach lange zeit ist das zu machen und ja schöne weihnachten euch allen genießt die zeit mit euren familien fahrt nicht so viel panzer wenn ihr euren vorspieler seid genau die familie ist wichtiger und ja jetzt noch viel spaß mit dem gameplay bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, und da bin ich auch schon wieder. Ich wünsche euch noch kurz zu schauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr euch gerne einen weihnachtlichen Daumen nach oben da lassen. Würde mich freuen. Und jetzt frohe Weihnachten. Haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.